Wo bist du drin? Wo ist erster? Guck mal, wo ich schon bin. Ich bin doch nur die Spino. Wo bist denn du, Alter? Weißt du, die anderen kommen erst rein, da steht der IROG schon am MPC. Der Retter zum MPC, der IROG. Ja, ich wollte mal gucken, ob ich rappen muss. Guck mal, wer ist hier an der Spitze, hä? Wer ist denn hier vorne, hä? Wo denn? Wohin ein bisschen mehr, wohin ein bisschen mehr. Die vorne, die vier noch, aber den großen nicht. So, wir schmeißen jetzt unsere Kritzenpfotze, oder was? Was, die dicken wollt ihr jetzt zusammen pullen mit den Seinen? Nein, die vier und den großen hier. Okay. Okay, dann Coodowns ziehen. So, ich hab sie. Und ein bisschen rein, AOE. Legen, scheiße. Legen. Ja, eigentlich hätt ich schon mal den Krit-Pot schmeißen können. Ja, das wäre schon mal gut. Also den Krit-Pot schmeißen wir jetzt, ne? Richtig. Ach, ich schmeiß auch schon die Rolle, ey. Ich hab da mal. Oh fuck! Ja, deswegen mach ich die machen. Gutschah, ne? Ne, ich hab da Agro. Ne, ich hab da Agro. Der ist auch krank. Ja, hat sie geschlossen. Hehehe. 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 Das ist irgendwie, das ist irgendwie immer in diesem Raid, oder? Dass Leute da manchmal rausfliegen. Hehehe. Egal. Komm. Ja, der Viewerin, ne? Sollts vielleicht mal ansprechen. Ja, wir dringen das doch auch. Ich soll ansprechen, dass ihr immer rausfliegt. Wie war's, Hebe? Ich hab die Probleme nicht. Was denn aus euch? Ich hab's auch einfach. Ich hab's auch nicht. Und Chris auch immer. Hehehehe. Hehehehe. Ja, das ist einfach nur mein PC jetzt neu aufgesetzt. Jetzt musst du schießen. Oh, jetzt. Schön, dir hat was zu sagen. Mein HP-Leist ist nach ganz oben gegangen. Wie krieg ich die wieder runter? Ähm, du musst. Ach so, ich weiß, was du meinst. Ähm, du kannst das in Optionen ändern. Ah. Da kann man das umstellen. Huch. Ist bei Einstellungen irgendwo. Ja. Ja. Aber dass man das auch so sehen anmacht, ist ja aber relativ. Hehehehe. Und mal warten wir auf den Baden. Ne, ne, ne. Ähm, jetzt nicht schneiden. Was? Ja, ich warte mal kurz. Ach, der kann mich irgendwie nicht einloggen. Der Launch öffnet sich nicht. Oh, nein. Du machst das über Steam, oder? Nein. Oh, jetzt ist wieder runter. Das hab ich noch nie. Warte mal. Irgendwie droppt hier immer die Angriffsschutzrolle. Kann das sein? Irgendwie schon, ne? Ja, ne. Brauchst du andere? Wir haben ganz viele gedroppt. Ne, ich bräuchte A5 Durchschlag. Ähm. Und der Trank. Ach so, wir haben A6. A6 hab ich auch. Okay. Was ist denn das jetzt hier? Das hab ich noch nie gehabt, Alter. War ja noch nie wieder. Genau jetzt hat er das Problem, so wie Marco gestern. Ach komm, gleich noch ein T-Skill. Da jetzt, ja. Oh, ich bin tot. Ah, guck mal jetzt. Oh, ich bin tot. Boah, ich Akku hatte. Nice. Ja, ich auch. Lädt mich mal bitte. Ja, ich auch. Schon wieder. So, erstmal eine Rolle verschwendet. Nice. Ja, das Spiel dran. Das ist die nächste Reihe. 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 Oder hinten die anderen beiden auch noch. Ja. Ja, pull die auch. Pull grad durch. Pull durch. Pull durch. Pull durch. Bis zum Boss. Ja, bis vor dem Boss eben. Ja. In dem Boss rein, dann los. Ich hau den schon mal. Okay. Ja, wir bauen eh die Amp-Boss, ne? Ja. Ja. Wir machen jetzt Hard-Mode. Hier hauen wir die kaputt. Wir machen einen Normal-Mode zu unserem Hard-Mode. Wir benutzen aber keinen T-Skill jetzt. Bei dem brauchen wir gleich schon mal aus. Dauert noch eine Minute für mich. Dauert eh voll lange, bis Diana da noch war. Ach hell. Ich hab immer diese Faden hier. Das war's also richtig schlimm, ne? Ja, du hast gerade unseren Speedrun irgendwie gesaut, ne? Ja. Lass mir mal den blicken. Weißt du, man ist aber nicht da. Dann ist er da. Also offline. Und am Ende steht dann einfach Stunde und zehn Sekunden. Ja, egal. Ich würd' sagen, wir scheißen noch. Best-Phase von Liko, oder? Ja. Best-Phase. Ja, ohne Witz. Du kannst auch später best. Ich hab hier andere MP, dankeschön. Hast du gar nicht. Ich kann's auch später. Ich dachte, ich mach nie so komisch, äh. Oh, er ist da. Braucht irgendjemand, die mag's? Äh, nee. Ich glaub, beim ersten muss er mich. Ich bin da, ja. Oh, ich hab gar kein, äh, ich darf gar nicht marken. Liko gibt's auch mal. Liko gibt's auch mal. Liko gibt's auch mal. Oh, wer ist denn hier? Guck mal, ne Zehnergruppe. Ach, guck mal, wer ist wieder da. Was? Da hinten. Jetzt hab ich noch ne Menge cooldown, ne? Ja, ne Faye als Hylos hier. Ja. Das hier ist ein Plus, ey. Das Plus ist dem Tank. Ich geh auf meine Pose wieder. Nein, der lebt noch, ne? Dein Herz haben wir schon. Wo lebt der? Ja, nee, das war jetzt auch nicht genau. Mach ich's auch nochmal weg. Leute, teilt euch. Nehmt Faye als Hylos-Ziel. Ja. Alle hochheilen. Ich geh in auf meinen Spot hier wieder. Und ändere das dann später, wenn Faye da ist. Willst du noch Joker und Faye tauschen? Bin da. Was? Warum? Weiß. In einer Gruppe, wenn der sowieso nicht buff, kann der Joker in die Damage-Gruppe. Hä? 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 Ich hab doch nen Waffe. Der Joker erzählt nur. Nein, der ist, der ist doch, der ist doch online jetzt. Leute. Nein? Ja. Geh los. Ready. Nein, der macht der war nen Waffe. Letztes Mal haben wir doch auch so gespielt. Ja, aber ihr kriegt doch sowieso den nicht ab, wenn der Hände steht, oder? Doch, ich lauf ja einen Schritt weiter vor. Sind doch nur 20 Meter. Ja, und ich bin 18 Meter dran. 24. Ich geh jetzt oder nicht. Ich hol den Bloop. Agro. Was ist der Barrel? So. Habe Einteilungsziel Leute, ne? Denkt was. Nach Belob. Ich climb holen. Aua. Da haben wir ganz schön die Lärmung gemacht. Springt. Rüber. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ähm. Ja. Okay. So. Und ich brauche Heal. Hau. Und zurück. Loll, der hat mich gemisst. Springt. Und zurück. So, ich mach gleich hier und der Blubb ist da. Der Blubb. Ich werde ihn nochmal healen. Ja, alles. Dankeschön. Oh, oh. Oh, oh. Wow, das ist aber echt knapp, ey. So, ich hab die nächste Blubb zeichnen, kannst du? Ja. Dann sollten 6 reichen. Nehmen wir. Ich muss mal kurz auf Damage verzichten hier und mal kurz Minervieren wieder machen. Bitte was? Na gut, wir werden da. Beim nächsten Mal könnt ihr dann drüben bleiben, ne? Will it. Und jetzt Burst. Ich hab irgendjemand anderes gehealt, ne? Ich hab cooldown. Ich hab cooldown. Nochmal healen. Krass. Ja. Jetzt kommt, glaub ich, rund. Ja. Ja. Oh, fuck. Das war die falsche Fähigkeit, ne? Jo, jo. Oh, shit. Oh, pass auf. Ja, das war's. Ne, überlebt so. Fäh, 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 heilen. Alles klar. Achso, das war's gar nicht durch. Ne, das ist kein One-Head. Ne, das ist kein One-Head. Das war's gar nicht. Das ist kein One-Head. Das ist kein One-Head. Das war's. Halt, halt, halt. Wir haben DPS vorhin gespringt. DPS vorhin gespringt? Meist DPS gefällt mir ganz gut. Ich meine irgendwie ist diesmal ziemlich scheiße. Alter ist irgendwie ziemlich cool. Ich glaub Gripp ist doch besser. Ja ich will nicht. Pull dead. Ich mach. Feihile 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 feihile. Oh shanty. Feihile. Feihile unbedingt. Pull. Ja das. Das lief uncool. Ich hab Iso wieder. Nein Chanty auch. Ne braucht man nicht. Chanty brauchen wir grad nicht. Oh was macht ihr denn Leute. Kishi. Ich hab im übelsten Schaden bekommen von dem. Halt Chichi. Ja 300 HP. Ja Halt Chichi. Ich hab grad noch für cooldown raus. Ja ich hab auch gleich wieder. Rüber. Rüber. Dann hebt Chris auf oder so. Ne wir haben schon aufgeräumt. Oh ich bau auch gleich ein Deal. Ja ich hab. Holy fuck. WTF. Das haut ihn kaputt. Am bösten. Looten wer kann. Assassin Stiefel. Das ist doch nicht. Aufheben. 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 Ja nimm mal voraus. Das krieg Chris den Schuhe. Hast du schon was? Ich hab die Schuhe schon. Shanty? Ach du belebst wahrscheinlich schon ne? Ne ich lebe ja noch nicht. Warum kann ich dich beleben? Man kann dich nicht anwesenden. Ja wo liegt der denn? Das ist jetzt egal nicht. Steh auf mit dem Porter. Fertig. Lauf doch einfach mal weiter und mach die Mops wieder. Leute weiterlaufen. Mops machen. Also. Es droppt nicht schlecht Assassin Zeug ne? Haha. Also wie immer eigentlich. Ja aber guck. Mein Damage war fast so wie der von der. Aus der Damage Gruppe. So ist es sogar wahrscheinlicher. Dass Chris den Heal scoret. So nicht Heal. Ich muss einmal kurz stammen. Haha. Ja weil er halt Dueland und Asser kicken. Wahrscheinlich. Nicht Heal und ich muss einmal kurz sterben. Ich hab Argo. Ich hab Argo. Argo. Aber auch Argo. Du musst sterben? Ja. Die falschen Pots hier. Ok. Gibt zwar noch welche aber ich will auf Reserve. Falls wir gleich gar nicht mehr sterben. Und hier ist gerade ein Boss. Das heißt hier bin ich schnell wieder da. Da hätt der Beep einfach 30 KTPS hatten ne? Ja und wir hatten irgendwie alle richtig viel Level so. Ja. War richtig cool. Wir sind doch froh. Ach wurde mal Zeit. Am Ende ist sie leider ein bisschen runter gegangen. Ich wollte über 6 bleiben oder? Ich hatte beim letzten Mal 500 DPS mehr eigentlich. Ja. Ich hatte irgendwie 5 DPS mehr. Ich hatte irgendwie 5 DPS mehr. Ich hatte irgendwie 5 DPS mehr. Du critst jetzt wo du noch weniger crit hast fast gar nicht wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Ja gut. Ich hab auch keine guten Drittpots mehr. Ich hab nur noch die 4er. Wollen wir die jetzt mit töten schnell? Ja komm. Machen wir aber gleich beide mit. Ja. Die Schinten. Ja einer reicht nebeneinander. Die sind doch nebeneinander zur Zeit. Ja. Ja mach den einen. Und hier nehmen wir aber gleich alle mit aus dem Raum ne. Das ist ja der kleine. Ja. Soll ich den anderen angreifen? Der kommt gerade in der Ecke. Nene. Nene. Fuck. Auf 74 verdacht ich kurze. Die meinst du alle nehmen? Ja hier alle. Doch das sind kleine. Die nicht. Die hier nicht. Die mit den Lasern alter. Das ist das Wichtigste. Alles das andere ist, wir können uns noch 10, 20, 30 Minuten allein durch Nicht-Wipen verbessern. Da müssen wir jetzt nicht um Sekunden feilen. Ah fuck, nehmen halt mal die Atro ey. Unter einer Stunde wär's nicht so einfach. Ja, Shanti ist, der kriegt ja gar nicht hier. Oh, das war ja auch scheinbar eigentlich, wa? Zuerst du gesagt, Waffe sind Waffe. Brauchen wir beim zweiten Max? Nö, oder? Doch, ne? Ja, ein Tank und einmal kann man die Seiten haben und dann reicht das. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen einfach keinen Blitz. Wenn wir Blitz bekommen, dann sind wir wohl nicht so inkompetent, dass alle in dein Feld bleiben. Ja, jeder weiß, warum der zwar hingelaufen ist, oder? Bei Blitz ist es einfach so, dass nahe Camper bei dem Turm stehen bleiben und die Feriencamper tanzen sich auch. Ja. Probiert einfach so weit vom... ...möglich wie Turm zu sein, ja. Ja, ich geh links in das Feld dann rein, da weiß auch die Trenze dann. Ja. 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 Na ja. 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 Da ist der Blitzturm. und fertig ich lasse den DSK-Dings jetzt aber kommen und gib ihm ich ihn noch anhängen, ok, gut alle zum koin und wir shift 10, ne, für die Leute du lagst irgendwie runter ja, wir werden trotzdem beim shift zählen wow, ich hab ihn die ganze Zeit nicht gefangen alles klar, ich hab ihn ja der Boss platzt da einfach nur ich fang ihn rausholen alles klar ich fang ihn raus, läuft Freirock hat ja, nicht raus lol, Marco da, was du für eine Scheiße der stand so weit vorne, Alter das war echt hört auf Namen zu sagen ich sag das ich sag das ich sag das Eirock hat und zack war ich draußen ich wollte die Stoße nur darauf hören, was ich sage ich sag das an ok, Blitz ja, siehst du, die Mark sind perfekt was wollt ihr eigentlich, Alter guck mal, wie perfekt die Mark sind wieso gibt's so lieber jetzt sag mir nochmal was komm schon, ja, wir gehen hier hin vielleicht auf links ich glaub, entweder ich weiß jetzt links ab ich weich nicht weiter, geh weiter da fällt doch ich außen mein Führer wir dürfen auf jeden Fall ihr dürft nicht zu nah zusammenstehen wegen dem Kettenwitzverletz hast du doch perfekt gerade bei uns, oder? ja, bei uns sind nur 3, also bei uns sind nur 2 oder 3 bei uns sind nur 2 oder 3 keine Ahnung ok, Kichino weg von den anderen ja, bin ich doch du sowieso da wartest du hi Marco ich will gar nicht zu euch bleiben ich stink irgendwie muss ich ein bisschen schneller sein oder irgendwie kriege ich das ganz schön eng hier hinten 8 Sekunden brauchst du es nur noch für Joker rein, oder? ja, komm, da vorne fährt ich glaube außen 3 2 ich übernehme jetzt den Boss ja, mach ganz schnell so, da ist er direkt und coin ich mach noch ich hab schon alle direkt zum coin hin Blöds også wieder видet die das doch perfekt gelaufen so, ich hau nur normal drauf gräpp weirdly electro genauer rein obwohl ne, ich will nicht rein du gehst rein ne du willst nachher mach ich den Fehler, ne? das he, ich lass es so tschüss, tschüss theyhame ice angebrocht, ch containment yo, tschüss 第三 Chris, ich stehe! Nice one, wir zusammenstehen, jetzt kommt Feuerball Chris, du bist nicht tot Voll bei Juma So ein Feuerball, Junge Eisangriff auf Chris Chris, ja, okay Als Chris geht, guck mal die HP an Bleib stehen Fasseln Wie, das war geil Ja, ja Feuerschaden, Leute mit Feuerschaden Boah, dann auch wieder Feuerschaden Wir haben einfach... Chris Chris hat euch geklickt, ne? Konzentriert euch! Wieder rein, Chris Du musst eigentlich Starkstrom kommen Ich sag Bescheid Feuer hier alle zusammenstehen, hatte sowieso ich Ja, ja, wir müssen noch letztens Starkstrom... Raus, raus, du Tod Starkstrom, drinbleiben Feier einer raus Oh, das tut weh Nice Jetzt Macht er Okay Nice Okay, alle hier Schaffen wir Natürlich haben wir noch zwei mal Mit mir ein bisschen mehr DPS Würde er einfach nur einmal Laser machen Nicht verarschen Wir haben noch das Comicstrip, ne? Ja, bleibt in Bleibt in Und so weit vorne bleiben Und so weit vorne bleiben Wie es ähm... Innen und... Der Tebuff hat Bescheid sagen und dann außen rum Tebuff... Gehört? Kishi braucht die nicht Shanti, du müsstest das alleine schaffen Jo Komm nach vorne, denk Einmal weg von uns, du frisst uns einst Egal Einmal graus heute Einmal graus heute Einmal graus heute, und die tank sind wir Tank sind wir Tank sind wir Tank sind wir jetzt einfach hier Oder so Nein Nein, einfach da tanken, wo wir denn sein sollen Oder so Die sind Börse, die da halt zu Tode Alles zur Münze Einseingriffe auf Bure Ja, wow Hab ich schon gesehen Komm mal ein Stück vor, ne? Ihr müsst vorkommen, Leute Da vorne, da vorne Scheiße vor, ne? Befreit mich gleich Auch hier Okay Befreit mich Bin dabei Einfach first Feuer da auseinander Die Pizza raus, bitte Ah, die Norm, ey Ja, hau um Bumms den weg Nice Was will er tun, ey? Wir leben Stumm Boah Sturmhofer Egal Lala Lass gleich weiter Wir leben und dann Ich, äh Denks Richtig ne Ironie, Schnelle Richtig ne Ironie Richtig ne Ironie, Schnelle Ja Auf die Sturmhofer Waffe, Alter Ja, das wär hart Das wär hart Das wär hart Wichtig Hat ja freut sich Wenn du denen das erzählst, dann Dann, keine Ahnung Die öffnen die Spür haben Im Server laut Sprecher, ne? Servilator Hallo Garne Hallo Garne Servilator Ach ja, das war's genau Screamt ihr eigentlich? Ja Ich muss sagen, wieso kann Shinja das nicht benutzen Ohohohohoh Das ist nicht so fes Nein Richtig assig, Alter Sprecher Ja Mann Gleich hat's wieder ein schlechtes Gewissen und will nicht mehr mitlaufen Ist ja nicht so fes Mann Reicht es, dass die Mobs mich schon heißen? Oh und die Steine Ey, was sehen wir, ey? Wow, wow, wow! Ach, da. Ja, die Steine sind schon mies. Eins bin ich sehen, sie tun... Oh, was? Danke! Danke! Danke, Alter! Oh mein Gott, ich hab Damage. Wie sie runterspringen, ohne dass sie aktivieren, die Adsets alle auf den Leuten rumhauen. Ich hab's deaktiviert. Ja, ich hab auch eins. Und Ison belebt? So... Ich hab Ison. Ich komm nicht. Ab jetzt kommen keine Steine mehr. Chris, du bist der Beste! Chris, rett einfach mal! Ich hab dich, ich kann's aufstehen. Kommt, behalt euch! Behalt euch, Leute! Ich dachte grad, ich guck mal. Ich bin rechts. 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 Chris, was wird denn los? Du musst das üben, weißt? Ja, ja. Vorwärtsunseln wird's, ne? Kein T-Skill benutzen, ne? Leute, denkt das. Das ist jetzt irgendwie... ...und dann den rechten. Aber nur geil. 24 Minuten, dritter Boss. Unter einer Stunde wär er drauf. Hey, das schafft wir, wenn wir das weitermachen. So weitermachen wir locker. Solang keiner in den Alarm rein rennt. Ja, ich denk mal Alarm ist jetzt unser. Wenn wir es unter einer Stunde schaffen, machen wir Alarmzusatz dann am Ende. Alarmzusatz? Alarmzusatz? Das bin ja ich. Das ist Belohnung. Die Belohnung. Die Belohnung. Ja, ich nehm gerade drauf. Aber eigentlich kannst du den Alarm und Down machen. Also ich steh auf andere Belohnungen, aber... So, Leute. Okay, Leute. Ja, mach was los. Hier einfach alle. Brauchst du nix hier. Ja gut, los. Dann. Gut. Ja, mach dann. Wir wissen schon. Hier, Nahkämpfer. Ja, passt schon. Raid check? Ja, go. Raid go. Nochmal kurz nachballern, ne? Gut nachballern, falls... Geht. Der ist zu nah. Zu nah? Okay, da ziehen, man. Finster fällt auf Drunker. Oh, Mann. Es geht schon wieder los, Jungs. Da kommt mal ein Stück her. Hier, Shenja. Das werde ich machen. Ach, scheiß drauf. Jetzt kommt die Energiekugel schon. Energiekugel 10. Finstersamen auf Kishi. Oder? Ja. Energiekugel, Energiekugel, Energiekugel. Ja, das war mir ein bisschen fail. Geht alle zum Coin, bitte. Wo? Geht alle zum Coin. Ja, Kishi hatte Finstersamen. Also alle Nahkämpfer zu Coin. Ich nehme den Boss. Oh, das geht ab. Ja, ja, ja. Oh, shit. Ach, scheiß drauf, wir lassen den hier. Oh, lol. Ja, du hast dich nicht gehealt. Ah, ich hab die gedrückt, alter. Finstersamen auf Nico. Finstersamen auf Nico. Finstersamen auf Nico. Oh, ich dispel ihn mal. Mach schon. Finstersamen auf Visen. Jojo, da geht's läuft. Jojo, da geht's läuft. Jojo. Wie weit ich einfach laufen kann, ne? Ja, aber so weit du laufst, dass du weiter musst du wieder zurücklaufen. Ja, aber so weit du laufst, dass du weiter musst du wieder zurücklaufen. Ich hab die Kugel. Ich hab die Kugel. Finstersamen auf Chris. Ich hab die Kugel kaputthauen. Nice one. Burst, fahr so gleich wieder, Betty. Einfach bursten oder warten? Warten auf die Person gleich. Warten. Alles klar. Halt euch hoch, Leute. Echt? Würde ich wirklich warten? Ja, die Kugel. War zu gut. Ich hab beides rausgehauen. Ja, komm. Jetzt. Ja. Es ist voll... Finstersamen auf Hay. Boah. Nein, kam ich nicht dieses Mal beim Bursten, ne? Ich hab T-Skill gedrückt, ey. Naja, kannst du viel zu schnell ablegen. Ja. Bin doch schon wieder da. Na, Nico. Will eigentlich mal sein Schild machen? Das macht er gar nicht gleich. Macht er jetzt. Ah, okay. So, jetzt. 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 Jetzt nach der Kugel macht er das. Finstersamen auf Chris. Brachgraben. So, jetzt macht er. Unter Schild. Heiß. Kugel ist down. All auf was. Und denkt noch, ne? Der macht gleich seine Explosion danach. Macht euch voll. Friana. Friana heim. Ja, sorry. Kugel, 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 kugel. Nein. Okay. Kugel ist gut. Ja, ich übernehme. Kishi, kannst du dich heilen oder reicht es? Ja, nein, reicht schon. Er tut jetzt. Wow, Eromio war viel Damage, Mann. Jetzt will er es aber wissen, hier. Finstersamen auf Chris. Billis. Billis. Finstershild. Loll, das war schnell down. Ja, ich hatte alles fertig. Ja, ich hatte Zorn schlagen. Ja. Nimm mal in der Abstimmung. Finster, das wäre ich. Ich hab's dran. Okay, nice. Ich muss halt noch die Karts haben warten. Fuck. Oh fuck. Energie explodiert. Ich hab Motivation rausgegangen. Finja, hast du einen großen Heal? Das geht nicht. Finstersamen auf Marco. Marco? Ja, ich bin nur schon weg. Okay, achso. Was denn? Okay, und Damage? Ich kann danach wieder übernehmen. Wenn du willst. Oh, ist mein Megalack. Ja, ist auch Wurstfaser. Oh, warte. Boah, ey. Das hab ich auch nicht gesehen. Oh, nicht. Das war gerade so lucky, ne? Dass ich's gesehen habe. Oh, die kaputt. Nice job. Ja. Was stoppt der für Beine Schien? Für Beine Schien? Ich kann looten. Was? Nee, oder? Nee, du hast ja schon gleich alles, ey. Was ist das denn, ey? Ohne Witz. Weiter, weiter, weiter. Hebs auf. Danke. Das ist der Full Gear, der Junge. Hast du? Pullt ihr die zusammen hier, oder was? Welche waren das dort? Ihr müsst die aber weg von uns denken, weil die machen so'n Laser, ne? Also... Das Spiel ist ungerecht. Ja. Rico, wie viele Teile hast du jetzt? Fünf oder so, ne? Da müsste ich fünf haben. Nee, nee, nee. Nee, vier. Ja. Dann werden wir bald einfach in die Ebene alleine ran. Der Gurt war ja schon doppelt. Die Schuhe ran, doppelt. Egal, ich kann das für uns warm. So, einige Menschen könnten ja auch jetzt vier Teile haben. Könnten. Wenn ich den Gürtel kriege, ich weiß egal. Ich hab... Achso. Mit dem Arm-Spruch hab ich fünf, aber Z-Teile hab ich vier. Pull die mal zusammen, bitte. Alter. Warte, ich komm rein. Ich komm rein. Ich komm rein. Shantia, pass auf, um die Ecke sind noch welche, ne? Ja, ja. Die tun richtig weh. Ja, irgendjemand wird jetzt sterben, weil die machen auli. Ja, ich geh jetzt schon drauf. Ja, ich geh jetzt schon drauf. Ich sag ja auch schon, ich sterb. Oh fuck, ich hab Akko. Mach mal erst die Magier-Plat, oder? Ja. Erst die Magier-Plat. Sind sie alt? So ein Magier. In 30 Minuten, Jungs, ne? Mehr als die Elfen vom Raid ist da. Ol, die geben sogar einen Überwurf drauf. Nicht schwächter Körper. Verteidigung sinkt massiv mal. Was ist los da? Drei von den Magier sind in Top 5. Oh, wir haben die drei Magier. Ich weiß ja auch nicht, was da los ist. Oh, ja! Lico hat nicht gekillt damit. Wir habe eh! Wer war denn grad im Channel? Die Mages haben bestimmt alle T-Skill. Wer? Schala. Achso. Er hat einen T-Skill benutzt, ja. Ach nee. Ich hab nämlich auch nicht benutzt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh danke, den nehm ich mal ne. Ich hab 4 HP hab ich überlegt. Hey Jungs, jetzt kommt der Alarm. War er zitriert oder nicht? War das nicht Bonus Alarm rein? Wir können direkt laufen. Wir können direkt durch. Also jetzt nicht mit ins Rote durch. Was gibt's auch? Wieder auf die alten Positionen. Vorsicht. Hat jeder seine Position, ja. Bei uns ist Feidak, Joker, Miura, Niso. Ja. Shinja steht wieder im DT, alle im Mili-Camp. Ich war zwischendig. So, hochfressen. Ich hab nicht mehr Zeit die Hosen zu rollen, deswegen zieh ich die nicht an. Joker, verstehe ich. Während dem Laufen kannst du nicht. Ne, nicht mal. Es muss richtig viel Löchner draufwerfen. Jetzt lauf nicht zu nahe, Wanda. Ihr habt keinen Bock, dass wir ihn direkt holen. Seid ihr auf Flickschule? Jeder hat seine Position. Müssen die Milis aufstehen? Ja, jeder hat. Gut. Alle da? Shinja, du weißt wo du stehst? Shinja, weißt du's? Ich weiß wo ich stehe. Passt. Ich hab einfach mal zwei Coins gemacht. Das reicht nicht. Wird unser direkt gemacht. Das ist das noch nicht. Weil der hätte jetzt schon drauf gehabt. Okay. 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 Dante, du weißt Bescheid, ne? Was? Warten wir. In der Welt, ja. Jetzt brauche ich ja nicht. Okay, ein bisschen weiter vorne, bitte. Kriegst du ja hier hin. Geht das so, ja? Ja, das war ja. Hast du's bekommen hier? Weiß ich nicht. Jo, hab ich. Oh, oh. Marco. Wie sagt ihr das? Das war mir mal eine Sekunde. Okay, dann geht. Halt die Leute hoch, dann passt das schon. Alles klar, ich bin. Ich hab. Okay, ich bin ein bisschen auseinander. Oh, oh. War schon. Ja, ich muss wahrscheinlich aufpassen, ne? Ich bin ein... Ich bin ein... Jo, die sind hinten. Oh, da war ich jetzt nicht. War gar nicht. Ja, ich hab's auch... Ich wollte eben auch schon rausrennen. Okay. 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 Auseinander. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Das tut weh. Hey, du ist hinten, ne? Ja. Ich dachte eben, ich kill Shinja, ey. Ich war fast zu nah dran. Ach, Papi hatte ich, ne? Ja, ich hatte auch. Joga, du musst weiter nach rechts rüber. Du bist... Komm, komm zu uns. Woher bist du weit weg von uns, ey? Oh, shit. Heißt du? 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 Ja. Wurstphasen nach dem nächsten Dampf, bitte. Oh, glaub ich habe zurück. Ich geh nicht. Ja, scheiß drauf, ey. Heißt du Dampf? Wir Würsten. Zinfe. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Hier hat ein Dampf. Da ist ein Schnitt. Da ist ein Schnitt. Ist er noch, oder? Ja. Ja, ich höre gerade erst. Okay, aber jetzt kommt er. Er ist da. Guckt, ist das Feuer? Ja. Feuer kommt. So, dass immer noch hinfällt. Ich hab schon wieder zwei. Ja, aber ich war ganz, ganz weit weg. Wer ist noch? Oh. Wer muss nach hinten? Ich hab's gerade gekriegt. Den Joker. Ich muss Joker mal ne Rolle. Ich gehe hier. Wer ist jetzt? Ja, wer jetzt? Da hast du. Okay. Oh, ich brauch ne Rolle. Danke. Dann geht Joker jetzt nach hinten. Ich geh auch noch keine Rolle. Meine Rolle im Endeffekt. Oh oh. Alter, ich hab noch ein T-Skill alles noch schnell gezündet, Mann. Halt euch oben. Halt euch oben jetzt. Ich hab glaube ich gerade Kichu geheilt, ey. Ja, ich hab dich gehealt. Kichu soll ich übernehmen? Ja, mach mal. Ich hab meine Rolle auch vorher jemanden anhand geschmissen. Gut, ich bin das hinten. Also es kommt eh wieder Dump, ne? Ich kann danach auch wieder. Nach mir gehe ich dann. Ja, direkt nach dem Dump Bursten. Ja. Okay, dann. Okay. Der Lelol ist weg. Haltet euch hoch, ne? Wegen den Randomids. Die gehen jetzt ab. Hier brauchst du sagen. Ich hab einen Reddy. Sorry, Xenia. Ich hab grad... Welche T-Skill? Ich. Ich. Stehen. Gehört, Shanti? Was? Genau wieder, wenn du willst. Ich geh jetzt auf den grünen T-Skill. Ja, machen. Ich geh auf den grünen T-Skill jetzt. Dann kann ich eine Rolle geben. Okay, Ysen. Ysen. Oh, jetzt hab ich ihn zu früh gesetzt. Es kommt Dampf. Ich war auch gefangen. Okay. Ich hab auch zu sehen gespottet. Ist egal, ich nehm ihn wieder. Also Dampf. Ist okay, ich brauch keinen Yen. Kannste spotten? Nee, kann ich nicht. Mach das einfach. Kishy tot. 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 Oh, schützend. Oh, geil, Alter. Okay, raus. Raus, oben, links, raus. Ja, ich bleib drin. Ich bin schon wieder drin. Ganz raus, ja. Ich bin auch schon wieder drin. Okay, fake raus. Ducky gehört? Ne. Anleitung bitte nachher. Ah ja, kein Problem mehr. Ich hab's nur drauf gewünscht. Der ist ganz vorne. Ja, also, lila. Für ein schöner Raid bis jetzt. Richtig schön. Alle einmal rappen. Zur Sicherheit. Ja, ich muss echt mal rappen jetzt. Ja, dann gehen schon mal und clearen schon mal Trash, die schon da sind. Ohne Tank? Ich weiß nicht, wie oft ein Tank da ist. Eirok ist da. Eirok ist da, das reicht. Lila, nicht vergessen, Lila. Und ich hab Shinya, die kann mich schilden. Nee, kannst du nicht. Ah, nee, geht nicht. Dammit. Jura. Die übt schon auf der PvP, uns das Schild zu geben. Ja. 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 Das ist komisch, ne? Aber wir waren, ja. Aber guck. Soll ich die 56 Durchschlag zur Kraft belassen? Na, eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist das Kippe. Es ist zwar lila, aber es ist grad so lila. Ja, du hast genug. Wenn du genug Löschern hast, kannst du neu machen. Ich hab noch 230. Ansonsten würd ich's erstmal lassen, weil wir eh bald neues G bekommen. Es hat 10 Löchern gekostet. Woll über das HC-Zeit-Max auch dann. Ja gut, das stimmt. Hier kann man direkt am AT-Skill benutzen, weil es eh wieder ready ist beim Boss dann. Das Ding ist, wenn ich das jetzt ausziehe, ne, dann verliere ich voll viel HP durch meinen Z-Pony. Ja, hab ich auch. 500 oder 700 sogar. Oh, ich hab das abgeschlossen. 23 Gold, nehme ich gerne. Was? Ich hab gar keine Geste bekommen. Oh, Leute. Oh, Leute. Ähm, sleepen. Ich sleep den Linken. Sonst liebe ich den Rechten. Das kommt, DSG-A. Ja, klar, ich will an und gib ihn. Was noch ab? Hab ich doch schon. Oh, ihr habt die Kurs abgeschlossen, halt. Dann reicht Gold. Wollen wir die gleich mit nach vorne ziehen und Aueen? Ja, warte, ich mach schon mal. Die machen aber auch noch dazu. Ja, lass das mal wieder. Ich hab schon. Da ist drauf. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Oh, ein Regen. Die machen aber echt Schaden. Ja, die machen wirklich Riech. Die machen wirklich Riech. Die machen wirklich Riech. Die Riech. Die Riech. Die Riech. Die müssen immer unterbrechen. Aber ich hab den einen unterbrochen. Boah, hat's direkt. Direkt gefressen, ey. Warum kommen die hier ein? Mag doch mal was, bitte. halt die leute hoch die hier brauchen noch ein bisschen um die ecke nicht denn da noch ich hab sie doch gerade noch mal her gezogen ich hab schon wieder aggro gegriffen ja ich bleib hier vorne kommt man hier wo ich bin am tor drinnen abgepinkt kann die übernehmen noch kurz also massen aggro danach nehme ich wieder ich gehe aber drauf hier die zeit ist auch mal wieder unschlagbar das ist mal wie der noob ist das ist mal wieder das schrumpf. Nope is back ey, boah ich geh brav kriegen andere gehen den selber rekordten nope ich hab dich mal gehandelt Iroh ich glaub danach nicht mehr na danke ich steh schon wieder aufs Maul ey lol ich steh schon hinten dran aber immer noch einmal Iroh ja ich steh sogar hinten der Lenk ist fast down oder ja ich hab' heils voll und heil pot schon auf cool dauerne die ganze zeit ja ich auch ja also jeder von mich beim boss egal nico nicht so viel gold jetzt erst durch quest ja passiert ne alle vollfressen buffen jeder weiß wo seine position ist ja Schanty zusammen hier. Ich glaub kann auch hier einen Fehler zu machen. Vollfressen. Buffs rein. Ready check. Ich bin da. Ready check. Genau, dass keiner einen Stack bekommt, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Komm, jetzt einmal noch konzentrieren, dann ist gut. Oh, Marco! Egal, ich hab noch nichts geschmissen, go. Alter, alles gequettet, ja. Raus! So, ich habe Schanty durch 1. Ich kann nicht stehen bleiben, Damage machen gegen... Hast du? Ich habe. LP tausch? Jo, hab ich auch. Jo, ich. Ja, wir haben die eh schon geskippt, die Phase. Ja, schon super war. Raus! Raus! Jetzt beginnt das zweite Mal, kommt jetzt. Ich geh von dir weg dann, ja. Einer in die Mitte. Ich komme nach vorne. Hey, ich komme zu dir. Weiter zu Kishi fahren. Bitte. Alles klar. Alles klar. Dann stehe ich eben was jetzt. Danke. Reicht das? Ja. Ja, nicht mehr. So, ich geh ein Stück raus, genau. Perfekt. Raus! Sehr schön gespielt, Jungs. Inklusion. Ich hab beides rausgegangen. Ich hab beides rausgegangen, das hat's eigentlich gereicht. Raus! Raus! Jedes Mal. Soll ich von dir weg gehen? Ne, ne, ist egal. Ich hab das Feld jetzt eh nicht. Ja, aber der macht ein AOE, random mit. Echt? Warte einen Moment. Pass auf, gleich. Kannste stehen bleiben. Liko, ich bin auf 2k. Raus! Für mich über 2. Habt ihr genug? Ja. Ja, perfekt. Oh, das ist eine heftige Explosion. Ich hab gerade lag. Ja. Oh, der steht irgendwo. Börsen? Ja, sorry, ich sagte, ich hab lag gerade. Achtung. Wolltest du den ziehen? Ja, keine Ahnung. Zieh mal zurück und ich spotte wieder ab. Egal, das ist doch egal, der kann auf dem Sturm bleiben. Raus! Raus! Ich hab keinen Unterschied, wo da steht. Scheiß drauf. Gut. Langsam wissen alle, wie's geben. Wollange ich den in die gleiche Richtung tankt, ist das egal. Okay, Blau. Ich geh raus. Ich hab bei mir. Ich hab bei mir. Geh raus. Film bleiben, ne? Ja. Die Leute, die brauchen, kommen zu mir. Ich komm gleich hin, Liko. Warte. Okay, Pris, das reicht, das reicht. Ja, ich bin auch. Ich muss. Perfekt. Bravo! Explosion. Wer hier braucht, schreien. Braucht jemand einen Heal? Raus! Was? Da. Ja, ich bin auch wieder da. Ja. Raus! Nice. So, gut, da. Ich bin auch wieder da. Herz hat Tolle. Danti sagt mich halt. Ja, kann. Ja, mach dann den nächsten. Okay. letzter bürst oder gleich den machen wir noch und dann pass auf diese ich glaube wir sollten wie gesagt wir sollten glaube ich den nächsten bist nicht machen bis die kugeln kommen jetzt kannst du ich habe kugel ich habe auch vorne ich habe auch vorne als tank ich gehe raus ach so nein leute passt auf was auch ja was hat mich gekillt ich glaube ich werde sterben christen rolle geben raus raus wollen wir jetzt noch mal bürsten oder eigentlich geht noch einer geht eine nach vorne besser macht das einer von euch bitte ich bin ich bin stinke wow wow meine ap ja du hast mich getötet egal ist noch alles gut möglich ja es ist alles noch möglich leute toyota die cc mal toyota wie kommst du jetzt auf toyota hier ich ziehe ich ziehe ihn jetzt zu euch damit ihr euch machen kann nicht uns ein stack auch dann kriegt ihr mal alles da das geht noch das geht alles noch wir werden die t-stil hier kaum ready kriegen ihr müsst jetzt auch was wir müssen jetzt eh noch eine phase machen mit den feldern ja wir müssen noch eine phase machen das passt ja nicht machen wir aber lieber zur sicherheit dann haben wir auch ein bisschen mehr zeit zum t-scale ok soll mit stopp oder was jetzt kommt welcher ist rot oder blau blau ok bleibt in der mitte stopp damage stopp LP tausch wir können oh ich habe random gekriegt passt auf es kann sein dass es gleichzeitig kommt das war echt knapp bei mir passt auf euer dings auf und sagt ob es gleichzeitig ist haltet euch tanti übernimmt hier sind ein bisschen zu viele ja passt schon alles gut job ok jetzt jetzt hoch rein gleich haben wir den burst auch ein locker hier ok dann meinst du ok freist euch hoch steckt euch hoch macht alles was ihr habt dann haben wir ihn gleich schon da weil wir werden direkt nach dem stun können wir t-skill machen das passt perfekt bei mir zumindest ok haltet euch nice good job leute alle beim ersten try unter einer stunde alter richtig geil egal enrage 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 alter enrage timer was los boi leute nicht auf dem boss gehen jetzt kommen die ads ja ähm die stacken sich doch nur hoch ok los geht's mach die ads kaputt und alles werfen nice nehm das hinter dir fail das ist jetzt tot nice hier noch eins ok ja alle zusammen alle zusammen jetzt alle in die mitte alle in die mitte alle in die mitte geht's halt leute richtig nice komm agro auf mich nicht auf joker der ist eh low hallo bitte auf mich ja ich bin cool nicht verstanden unter 15 wird schon sauhart also ja es ist nice ach die zeit kann man stehen lassen das ist voll geil überleb mich denn mal bitte ja nein nice und bergürtel 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 nice hab ich doch gesagt bergürtel hallo ähm wo ist die eigentliche asserwaffe der junge krebs ich krieg was das bestgerollteste teil aus ich hab gerollteste so leute ihr wisst was jetzt zu tun ist yes alarm breakdance ach ja wir haben uns nicht vergessen wie wärs wenn wir erstmal looten haben wir doch ich hätte fast gewürfelt baden gürtel ist noch drin oh oh the fuck kommt ertät an hab ich doch gerade eben dreimal gesagt ich weiß ich nukes gar du ertät so viel scheiße der ganze karte was willst du eigentlich endlich hab wir auch mal was cool da freut sich aber jemand da freut sich aber jemand da freut sich aber jemand ja man ich hab nen gürtel ich hab gürtel ich hab jetzt redet nur noch im cyberlautsprecher oder ja okay jetzt wollte ich nur die schuhe dann hab ich alles was aussieht ey das war ein 8er z aber weg ähm leute wir machen jetzt nochmal kurz den alarm zum testen oder ob wir ihn angreifen kann was machen wir denn wollen wir das ding killen oder versuchen nein wir wollen das so gut knackliche z können wir nicht ja okay wir können eigentlich die rolle das rezept einfach unter einer stunde was das richtig aus warum portet ihr nicht so nen vierten boss das wir stehen irgendwie so unter Adrenalin das wir laufen ja das kommt noch mit um die Aufnahme muss man auch dann nicht wieder durch die Kugel ja gut wenn man hier jetzt rechts geht dann kommen stehen doch nochmal Ärzte nah also geht doch ey soll ich dann auch gleich ein Video drauf schneiden also und das Video ist sogar dann wirklich lang das warum schneiden mach doch einfach Speed rein ach stimmt ja da könnt ihr den ganzen Run hochladen ne koloss hier rot ja Marco nicht schlecht ne ja man ja wir gehen jetzt raus was ist los mit dir äh lexcom hat gefragt ob er mit seinen chinkien die Gilde kann klar ähm wenn alle da sind greifen wir mal das Auge an oder bei welchen muss man sich porten beim gelben ne beim roten du kannst doch einfach mit dem Cursor rauf und dann steht da halt wo du hingehst das ist zu anstrengend oh nice das ist ne Menge Crit warum gibt dein Berserkerhemd sowieso Crit bei mir auch bei mir nicht bei mir gibt's Ausweichen weißt ja ich bin ne Crit Klasse bei mir gibt's Crit und Crit Ausweichen ja 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 bei dir auch auch oder ja eigentlich bei mir gibt's Ausweichen guck guck einfach auf nur Ausweichen ja also als Zusatzstat ach so gibt bei mir auch Ausweichen ja weil wer sehr klein muss mehr Damage machen deswegen krypten aber bei den bei denen bei mir gibt's auch die Beine und so geben alles Deathstats und bei den Krieger nicht ich bin die Durchschnitt sind alle da ja nein ja ich wollte noch ein bisschen ich dachte die sind nach vorne ein bisschen rumlaufen da was genau haben wir jetzt war einfach mal bei jetzt auch ein wir greifen gleich das Auge an ja wenn Alarm einmal durch ist sollen wir ihn mit dem roten reinrennen oder ohne das rote ohne rote ohne rote ohne rot oh oh ha 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 okay und nach vorne ich bin mal richtig jetzt ungültiges Ziel aah eh ungültiges Ziel alle rein alle rein alle rein alle rein kommen wir easy wieso bringt das und wieder raus du musst rein und raus rein und raus immer noch rein und raus immer noch rein und raus es ist dauerhaft bing 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 alle untot och och ich bin tot und ich bin mal weg ich bin mal weg alles mitnehmen alles mitnehmen alles mitnehmen alles mitnehmen alles mitnehmen alles mitnehmen alter was ist das denn das ist ja richtig geil es pingt ungültiges Ziel du kannst ja nicht raus zu lang du im fight bist du kommst du kommst eh auf den fight alles mitnehmen oben kann man auch raus gehen so jetzt kann ich nach eine stunde endlich mal pipi pause machen ja und ich werde es die aufnahme stoppen erstmal hochziehen und ausspucken gewesen good job leute war ich gut will jemand ein aha haben ko in kommt und über das auf